Was auch immer das gerade für ein Move war, er sah stylisch aus, bringt mir allerdings nicht viel. Au. Hätte der mich jetzt getötet, ich werde durchgedreht. Nachricht lesen. Blutlache berühren. Alles nicht so wichtig. Der da hingegen ist ein kleines Problem. Vor allem, weil er hier noch einen Freund hat, der zuerst weg muss. So. Ja, die sind ungefähr so stark wie Alone-Ritter. Die sind ein bisschen stärker. Die mit den dicken Eisschuppen auf dem Rücken. Jedenfalls halten sie mehr aus. So, erst bräuchte ich... Oh, kommst du doch zuerst. Nein, hier kommt jetzt beide. Au. Ja, mit dem Schild tut es zum Glück nicht ganz so sehr weh. So, noch einer weg. Da drüben geht es weiter, soweit ich mich noch richtig erinnere. Ne, halt, da oben geht es weiter. Oh. Stimmt, hier oben beschießt mich erstmal einer. Weil hier ist gar nichts. Genau, hier war gar nichts. Hier war nichts versteckt. Und ja, hier kommen wir leider nicht drüber. Geht's doch gut. Hier kommen wir leider nicht drüber. Ja. Weil dafür müssten wir erstmal hier unten durch. Aber hier ist zugefroren. Also bleibt uns nur die Wahl, hier oben lang zu gehen. Am besten ohne seinen Kumpel zu triggern. Fürs Erste. So. Das war sein Kumpel. Zunge. Zunge. Ja, irgendwie kann man da raufspringen. Soweit ich weiß. Ne, halt. Da muss man sich von weiter oben runterfallen lassen. So war das. Okay, wir kommen wieder in einen Raum rein. Hier sind ganz schön viele von den Jungs. Also öffnen wir erstmal die Tür hier. Lassen die Fackel Fackel sein. Oh, töten ihn hier. Puh. So. Ja, mit Geduld klappt das auch etwas besser. Genau. Also hier sind noch mehr von den Verlorenen. Nenne ich sie jetzt mal. Weil mir der Originalname gerade nicht einfällt. Oh, ach ja. Der Golem. Erinnert ihr euch noch an die blauen Golems aus Dark Souls 1? Das hier sind ihre Nachfolger. Au. Mehr oder weniger. So, die Thronen kriege ich nicht auf. Die sind eingefroren. Ja, Vision von toller Aussicht. Genau. Und hier müssen wir jetzt den Geheimpfad nehmen. Einmal runterfallen. Vorsichtig sein. Nochmal runterfallen. Viel Erfolg. Ja, drei Klosteramulette. Vision von Finstergeist unterhalb. Ja, das stimmt allerdings. Und der hier droppt noch. Den dunklen Klauenring. Ja, können wir uns gleich ansehen. Das müsste nämlich der letzte sein. Nein. Flintsring. Ah ne, dunkler Klauenring. Erhöht Finsternisangriff. Also fehlt uns jetzt nur noch der flammende Klauenring sozusagen. Also der Feuerklauenring. Gut. Das heißt, hier oben sind wir erstmal fertig. Leider locken wir so die ganze Kompanie gleich an. Und ihren Wauwau. Der Wauwau ist kein Problem. Der ist Instant Death. Au. Nur wenn alle drei auf einmal kommen. Das wäre ein Problem. So. Jetzt ist nur noch der da. Übrig. Und die drei sind auch weg. Sehr gut. Gut. Das heißt, wir haben die drei auch geschafft. Hurra für Rollen. Ja. Oh. Kommt erst noch das hier. Ich weiß nicht mal richtig, ob man die backstampen kann. So. Du bist schon mal weg. Den da kann ich in Ruhe lassen. So. Bisschen Abstand nehmen und Ausdauer regenerieren. Au. Und nochmal heilen. So. Ich könnte jetzt theoretisch da unten zum Leuchtfeuer gehen. Mag ich aber noch nicht. Höhle voraus. Ja. Das hier ist eine besondere Höhle, die wir allerdings noch nicht öffnen können, weil wir die Fackeln dazu nicht in Flammen können. Ich muss dringend mal gucken, wo man Flammschmetterlinge kaufen kann, weil die geben wir langsam mal aus. Ach, ne. Wir wollen erst auf die Seite hier rüber. So. Ei. Du. Äh. Finstergeist. Oh. Okay. Finstergeist sagt nicht cool. Kann Leuchtfeuer nicht benutzen. Na gut, dann müssen wir halt den anderen Weg oben aufs nächste Mal verschieben. So. Weil ich müsste den Weg dann noch mal komplett neu laufen. mal zurück im Augenblick aber keine Lust und keine Zeit mehr habe in dieser Aufnahmesession. Und wir eh nochmal da oben lang müssen, weil ihr habt ja gesehen, es ist ziemlich viel eingefroren. Ihr könnt euch ja denken, dass wir eine Menge von dem Zeug noch wieder auftauen müssen. also nutze ich die dreieinhalb Minuten, die ich jetzt noch habe, am besten, um Zeug bei Fairbours zu verkaufen. Ich habe ja hier ziemlich viel. So, alles für den Rest kam weg. Obwohl, so viel habe ich gar nicht, aber trotzdem kann ich das Zeug schnell verkaufen. Da ist es wenigstens schon mal weg. also schnell zu Türen des Fahrers und Gürbs frisst. Lalalala. Nein, nicht hier rein. Blödsinn. Und ja, ich glaube, das mit weiteren Koop-Münzen sammeln, das können wir vergessen. Außer vielleicht, ich probiere es wirklich bei einem von den Gebieten im Koop im Koop-Gebiet. So, verkaufen. Den kann weg, der kann weg, das kann weg. Hier haben wir nichts Überschüssiges, hier auch nicht. Hier können die blauen Blüten weg. Ja, von den ganzen Bomben und Harzen. Köder-Schädel. So, das war es auch schon. hier runter zum Leuchtfeuer. Majula aufleveln. Reicht mal wieder nur für ein Level, aber sei es drum. so, weil mehr Lebenspunkte sind immer gut. So. Das heißt, wir machen bei der nächsten Aufnahmesession in Frozen Elum Lois weiter. Das Gebiet gefällt mir halt richtig gut und ihr seht ja, wie gut ich bis jetzt schon vorangekommen bin. Abgesehen davon, dass mich auf einmal der Typ da invasiert hat und ich panisch zum Leuchtfeuer geflüchtet bin. Aber ja. Wir werden dann im nächsten Mal wahrscheinlich schon den ersten Boss sehen. Weil so lang ist das Gebiet nicht. Wir müssen es halt später, wie wahrscheinlich die meisten vermutet haben, wenn das Eis weg ist, nochmal durchgehen, um die ganzen Toden zu plündern und die neuen Gebiete, die im Augenblick eingefroren sind, zu begehen. Aber das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis dann.